Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei Schmortöpfe. Das High-End-Produkt in unserem Schmortopf-Test geht an den Tefal E21846. Der Tefal Trattoria Kochtopf ist auf maximale Geschmacksentfaltung ausgerichtet und überzeugt mit einer verbesserten Wärmespeicherung für gleichmäßiges Garen und zarte, geschmackvolle Gerichte. Erleben Sie den Unterschied mit der Titanium-Extra-Antihaft-Beschichtung, die sich mühelos reinigen lässt. Das robuste, langlebige Design mit starkem Aluguss-Boden sorgt dafür, dass all Ihre Lieblingsgerichte perfekt gelingen. Geeignet für alle Herdarten Gas-, Elektro-, Keramik- inklusive Induktion. Elegante Aluguss-Konstruktion mit dickem Boden sorgt für besonders gute Wärmespeicherung, ideal für zarte, köstliche Gerichte. Die homogene Kondensationsverteilung erleichtert es, anspruchsvolle Rezepte und Zutaten zu verarbeiten. Titanium-Extra-Antihaft-Versiegelung für eine leichte Handhabung und mühelose Reinigung. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Stonelein Schmortopf. Großer Topf mit der weltweit einzigartigen Antihaft-Beschichtung mit echten Steinpartikeln. Die speziell entwickelte Stonelein-Beschichtung zeichnet diesen Schmortopf durch optimale Antihaft-Eigenschaften bei gleichzeitig robuster und kratzfester Oberfläche aus. Der Easy-Clean-Effekt erlaubt es, das Kochgeschirr durch einfaches Auswischen mit einem nassen Tuch zu reinigen, natürlich ist das Kochgeschirr auch Spülmaschinen geeignet. Einsetzbar für Gas, Glaskeramik, Induktions- und Elektrokochfelder, extra starker, verzugsfreier Boden, Backofen geeignet bis 180 Grad Celsius, induktionsgeeignet. Induktionstöpfe von Stonelein ermöglichen ein fett- und ölfreies Braten von Fleisch und Fisch. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Schmortopf-Test ist der Amazon Basics Schmortopf. Dieser Schmortopf mit zwei Griffen aus eingebranntem Gusseisen von Amazon Basics ist perfekt, um eine Vielzahl ihrer Lieblingsrezepte sowie neuer Rezepte zu verwirklichen und eine wahre Bereicherung für jede Kochgeschirrsammlung. Der große Schmortopf ist ideal zur Zubereitung von Suppen oder Eintöften sowie zum Backen, Schmoren, Rösten etc. geeignet. Der große Topf ist außerdem ideal zur Zubereitung von Topfmahlzeiten. Beginnen Sie mit dem Bräunen bzw. Anbraten der Lebensmittel auf dem Herd, fügen Sie dann Flüssigkeiten hinzu und lassen Sie alles im Backofen zu Ende garen. Der vielseitige Schmortopf kann problemlos direkt vom Kühlschrank auf den Herd oder vom Backofen auf den Tisch gestellt werden. Zudem erleichtert er die Reinigung nach der Verwendung. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.